moin herzlich willkommen hier zur nächsten ausgabe ich weiß gar nicht was für ein tag heute ist es könnte dienstag sein aber ich nehme donnerstag müsste es sein wie auch immer ja experience ist gut drauf aber so richtig richtig bock hat auf den scheiß hier ja mir geht das dann nicht viel anders aber ja wir wollen gar nicht lange aufhalten wir machen weiter und sehen mal wer hier die hosen an hat bis dann bis später wir sind hier fertig mit dem scheinbar mehr oder weniger und er ist da draußen am schon am ansehen das ist auch sehr schön es ist rennt oh man hier mal ihre aufgabe erledigt aber jetzt noch keinen kärcher erst mal drauf es war zweitrangig sage ich jetzt mal wir kommen leider nicht mehr über die brücke die brücke ist zu seit 18 uhr und wir haben leider an der letzten folge den fehler gemacht dass wir einen traktor drüben gelassen haben dafür haben wir aber ach das war noch gar nicht mal ich will mal eben gucken was man da steht er hier ist das nicht geil er mäht und schwadert hinten direkt dran das ist doch super also dann können wir ihn hier nämlich eigentlich mit der ballenpresse direkt hinterher schicken wir können erst mal ein paar ballen pressen sehr viel mehr können wir im moment nicht machen weil ein traktor der leider stillgelegt ist dafür haben wir schon die ersten 47.000 liter stroh eingefahren sind also dicht am ziel so zu sagen ach so wir haben den den müssen wir natürlich zurückgeben den flug ha 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 garage ehh give me a different soy oh da habe ich dann auch keine lust zu das von hand zu machen dann lasse ich ihnen das dann doch lieber von cosplay erledigen lassen bis er ihnen dann ein holt und dann schicke ich ihnen damit follow mich hinterher wird wahrscheinlich auch nicht viel helfen ja müssen wir hier den kurs laden das macht ja nix 3 und schon schmeißt er den von alleine raus auch spannend ja ich brauche 40 ballen ungefähr nicht ganz dann habe ich meine 150.000 voll mit dem kann man jetzt leider gar nichts machen außer anfangen kurs aufzuzeichnen aber ich weiß gar nicht ob wir den leute überhaupt noch fällig kriegen würden jetzt hänge ich hier an der fahne fest oder was das gibt es doch wohl nicht sagt uns das wir fahren andersrum ganz klar das war auch peinlich in der letzten folge dieses hochfahren und er generiert wieder jawohl nicht weiter schlimm nichts passiert und unbedingt stärkere traktoren und unbedingt stärkere traktoren 14 i das counted ff. g immer ich glaube da ist so ein rotes ding und links ja ich weiß bin gerade beschäftigt so Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und hier wird es dann Probleme geben. Aber sauber, ne? Na, hat er wieder Probleme? Was ist das denn da noch eigentlich? Oh man ey, auf der Bretterpenne gewiesen oder was? Das läuft doch jetzt erstmal, da wird es hier nachher noch ein paar mehr Probleme geben. Weg hinterher fahren und so. Wie viel hat so ein Ballen? 4000 Liter. Okay. Ist das jetzt eigentlich schon gedüngt? Ne, das ist natürlich noch nicht gedüngt. Ich muss jetzt hier eigentlich erstmal gleich jemanden zum Düngen schicken. Wo ich hier weitermache. Okay. Stopp. Ich fahr jetzt erstmal schnell düngen. Wo war jetzt der Düngersteuer? Wäre hier vernünftig abgestellt. Ist jetzt eigentlich Quatsch mit dem Traktor hier zu düngen. Aber ist ja nichts. Einmal auffüllen. Den Düngerstreuer. nicht dagegen fahren. Wahrscheinlich eh keine Kollision. Aber. Ja. Ja. Da muss noch voll. Feld 10 ist das hier. Ich generiere. Ja, mach das gerne. Ja. 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 Und ich würde mal die Zeitskalierung hochschrauben. Jetzt schon? Ja. 20 Uhr. Ach ne. 21 Uhr machen wir. Ja. Ja. Alles gut. Passt mir auch viel besser. Wobei wir das dann in diesem Spiel glaube ich nicht mehr erleben. Ja. Ja. Was haben wir denn? 18? Könnte eng werden. Haben wir denn überhaupt auf den anderen Feldern? Auf. Apropos. Antropos. license. Nein. Apropos. 240.000, ich werde mir nie andere Felder leisten können. Jetzt schiebt der hier die ganze Zeit so den Ballen vor sich her. Auch schön. Auch schön, auch schön. Das sollen wohl deine Fahrzeuge sein. Ich schieb mich zu. Jetzt, ich schieb mich, so das ist es ein bisschen aufgeteilt. Ich mache mich durch die Fahrzeuge und ich siebe mich über keinen, dass du einfach was, weil ich mir nicht so lange mich freigelde, Ich kann mich wieder nicht mehr bewegen. Meine Maus spinnt wieder komplett, ne jetzt nicht mehr. Gucken was er hier jetzt macht. Den schiebt er jetzt. Okay. Ich berechne nochmal drei Stück. 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 Ist zwar nicht schnell, aber es läuft. Ah, der braucht auch nicht mehr lange. Sehr schön. Das war's. Wie, das war's. Hast du keine Lust mehr, oder wie? Doch, doch. Nein, hiermit. Also soll ich noch weiter generieren? Mach ich gerne, gar kein Problem. Lass mal, lass mal, lass mal. Kannst ja für mich noch ein paar Kurse generieren. Das ist ja langweilig. Ja, dieser eine Traktor, der jetzt drüben ist, der fehlt mir jetzt natürlich. So, jetzt müssen wir da vorne gleich mal aufpassen, dass die sich da nicht in die Quere kommen. Also soll ich noch mehr Zeit gerade gehen können. Wenn wir ihn nur eben wenden lassen. Und ihm gleich einen kleinen Vorsprung geben. Und er hat einen kleinen Vorsprung geben. Schauen Sie raus. 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 gerade am laufen und da habe ich ein problem mit das funktioniert nicht ganz so gut wie ich dachte ich bin auch gleich fertig mit einfahren ja und zwar nämlich genau jetzt bin ich fertig okay ja das hört sich doch sehr gut an eigentlich würde ich mal sagen ja finde ich auch dann ist es ja schon wieder soweit für heute und damit verabschieden wir uns dann wieder hier aus diesem wunderschönen match ja und dann gucken wir mal genau winke winke wie man so schön sagt und tschüss macht's gut